Warten, ne, das reicht doch nicht. So läuft das Ganze gar nicht hier. Nimm, was ihr kriegen könnt, oder fragst du hören, weil... Wir haben wohl die zweite Option gewählt. Keine Weisentscheidung. Futterplatz Nummer 2. Ah ja, natürlich. Hallo, ihr Süßen. Habt ihr Hunger? Nein, macht viel. Es ist ja auch nicht so, dass sie gefährdet sind. Die Dinger bashen sich ganz schnell weg. So, nächster Futterplatz suchen. Wo ist hier was? Jedenfalls nichts in der Nähe, ich müsste irgendwo anders suchen. Weg mit dir, weg mit dir. Ähm... Wir müssen leider rüber. Ohne Feinkontakt am besten. Aber das kann man natürlich... Oh, Archäologie. Ich sehe was unten. Das ist lohnenswert. 70. Boah, das ist schon nicht schlecht. Aber dann müsste ich ja... Hm, da komme ich nicht mehr wieder hoch. Kacke. Ne, dann vergess es. Wenn ich da nicht hochkomme, ist das scheißegal. Wir finden schon woanders noch ein bisschen... Ach so. Oh, Vettel. Oh, 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 oh. Du wärst ja hier, der Lager. Hast du Alonso und so verarscht. Besser wenn die hier Stress haben oder was? So, ich muss noch Futter. Oh, Alter. Boah. Ja, komm, die Agro. Aber ihr müsst echt schon zugeben. Die Agro-Range ist schon... Krass. Soll mich denn endlich... Es granscht schon. Oh, Alter. Heddle. Du kleiner Puller, du. Pullst ja die ganze Gruppe hier. Hilfe! Ja, halt. Ich bin jetzt auf einmal so... Selber Schuld bin die ganze Scheiße. Ist nicht meine Schuld. Muss halt vorsichtiger sein. Müsste es eigentlich kennen vom Rennen fahren. Da ist es auch richtig korrekt. So. Wo sind hier die Futterplätze? Ich muss noch zwei platzieren. Äh. Ja. Ich wollte euch nicht stören. Ja, aber... Ich dachte, hier geht es zu meiner Cut-Quest. Wenn es demnächst so sei, dann... Tut es mir leid, dass ich euch bei euren kleinen Techtelmechtel gestört habe. Dann gehe ich hier wieder raus. So. Ah, ja. Ich sehe schon, glaube ich, oben ist ein Futterplätzchen, oder? Futterplätzchen? 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 Ah, kein Futterplätzchen. Na ja. Na komm, spring rüber. Das ist doch... So, das müsste doch zu machen sein. Ganz sei Dank. So, ist markiert. Hauen wir ab. Ich sehe Archäologie. Das können wir verarbeiten. Das finde ich doch schon mal super fettel. Gehe an die Arbeit. Und ich schaue mich um, wo wir... Oh, Alter. Das ist schon... Ein bisschen weiter weg. Die Dinger haben auch eine fette Aggro-Range. Ich kann sie nicht umgehen. Okay. Ne, komm ich nicht vorbei. Ne, muss ich echt wachen. Naja. Die durchhalten machen sie auch nicht. Ne, sie halten nichts mehr. Oh, was grünes. Planetenauszeichnung. Yeah. Bin immer wieder großer Fan von... Uh, cool ist... Ah, super. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ne, ich will... Fuck the shit. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte was verkaufen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So, dat möchte ich verkaufen. Das, 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 das. Das behalte ich. Das behalte ich nicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Äh... Reparieren. Ja. Und möchte gerne so ein Standard-Medi-Pick haben. Ist das ein Standard-Medi-Pick? Das ist ein Standard-Medi-Pick. So, vier Stück kaufrecht. Nehmen Sie Pol. Also, bis ich wieder zwei habe und das passt schon. Ist mein Inventarplatz ein bisschen freier. Vettel hebt das auf. Ich geh schon mal weiter. Ach, Vettel hat das nicht mal wahrgenommen. Ich muss erst mal gucken, ob... Sei still, Vettel. Ich hab dir doch gesagt, du solltest das hier mal machen. Das ist doch dein Metier. Noch unter deiner Stufe. Ja, wusste ich's doch. Ja. 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 Eigentlich hab ich keinen Bock auf euch. Aber ihr lasst mir irgendwie keine Wahl. So. Hier ist die nächste Stelle, die ich markieren muss. Mach mal kaputt. Kaputt. Was ist das da? Okay. An die scheinbar muss ich mal ran. Ja. 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 Der ist die erste. Ja. wie ich hergekommen bin und dann nur noch die Futterplätze und dann bin ich hier durch. Außer es gibt Folgequests. Dann natürlich noch nicht, aber in andernfalls wäre ich schon fertig. Hoffentlich, naja, mal sehen wie es kommt. Ich nehme es so wie es ist. Level 22 werden wir aber auch hundertprozentig, das steht außer Frage. Alter, wie komme ich an die Viecher vorbei? Ich hasse das, die Dinger sind erstens so massenhaft vorhanden. Wenn ich in die Mitte laufen würde, würden alle da drauf nicht dran greifen. Alter, wo kommst denn du her? Na klasse. Ja, ich helfe dir gleich weiter. Boah, ich habe gerade eine Schilderrunde gemacht. Jawohl, Level 22 und dafür müsste ich nicht mal die Scheißquests abgeben. Was wollte ich machen? Ja, das wollte ich machen. Arturo-Form, genau. Jetzt ist die Arturo-Form auch deutlich besser als das, was ich davor hatte. Denn sie ist jetzt verbessert und bringt mir mehr. Ich erinnere mich noch, deswegen habe ich die Arturo-Form noch aufsparen lassen. Aus dem Grund, weil Arturo-Form halt gute Voraussetzungen hatte, aber weniger Schaden gemacht hat, als meine jetzige Form. Aber jetzt, wo ich das auf die maximale Stufe abgegradet habe, ist das ja tausendmal besser. Was ich schade finde, vielleicht hätte man das machen können, so als kleines Gimmick, wenn man halt die Form wechselt, zum Beispiel ich in die Arturo-Form jetzt auf einmal gehe, dass man, dass er vielleicht anders schwingt, so anderen Kampfstil hat, ja. Irgendwie so wie so ein Panda bei B.O.B., aber das ist ja nicht notwendig. Ich spreche ja auch hier, wie gesagt, vom Clank-Gimmick. Kann sein, kann... Kann da sein, muss es aber nicht. Ähm, und was kommt jetzt? Na ja, wir gehen die Crest abgeben. Also jedenfalls, soweit wir hier die Futter-Scheiß-Cresten, die wir gemacht haben, das kommt natürlich auch noch ein Crest abgeben. So. Zwei stehen aus. Der eine oben müsste bestimmt schon ein Respawn sein, den wir da einmal gemacht haben. Da mache ich eine schöne Abkürzung. Bam. Genau, fertig, beschäftige du dich da mal. Ich bin guter, guter Dinge, dass du das selber schaffst. So, Futterplatz einmal noch. So, Gegner. Ja, das hat ja schon. Sind schon für mich grün, das ist... Nicht mehr mein Detail. Ich muss hier ganz schnell. Aber ich habe euch gesagt, wir machen alles. Und wir machen alles. So, eins fehlt mir noch. Irgendwie hier hinten war noch einer, ne? Ja, richtig, da hinten ist einer. Zwar ist der Verstümmler im Weg, aber das passt schon. An den kann ich mich aber, glaube ich, vorbeimogeln. Ja, an den kann ich mich vorbeimogeln. Ah, fucking shit, da hat jemand schon gemacht. Exakt. Wo wäre denn noch das Nix gelegene? Ich muss mal schauen, da hinten wäre eins. Da hinten wäre eins. Wo haben wir noch eins zur Auswahl? Äh, scheiße. Das einzige Ding ist da hinten. Und ich muss noch... Ah, fuck, naja. No rest of fun. Müssen wir jetzt durch. Boah, ich hab hier. Geh mir nicht auf. Ja, ja, da oben. Ich kann euch Kulli-Kulli schon gar nicht mehr sehen, wie ihr erinnert. Ich bin ja in Otwood. In Otwood gab es auch solche komischen Viecher, die grün vier Füße haben und nur ans Fressen denken. Ah, ich nehme das hier gar keine Nähe mehr. Oh, fuck. Oh, fettel. 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 Oh mein Gott, das werden ja mehr. Fickt euch. Was soll ich an? Ich hasse die. Ich hasse die. Man, das ist doch zum Kotzen. Nehmt euch. Drecksviecher, ey. Und euch machen wir noch Experimente. Eieieieiei. Das Imperium tut mir schon ein bisschen leid. Aber immerhin, Archäologie und ein Futterplatz. Erst Futterplatz, dann Archäologie. So, ich sponke mal. Wenn du das machst, halte ich dir den Druck. Sehr gut. Das war's schon. Perfekt. Geben wir jetzt die Quest ab. Ich hab echt... Ich bin hier durch mit diesem Gebiet. Unten durch. Ich hoffe, da kommt nicht noch irgendwas. Das wäre... Das wäre krass. Na, werden wir jetzt gleich ein Ausbinden. Und dann machen wir eine Aufnahmepause. Ich hab schon ein bisschen überschritten. Ah, fuck. Jetzt geht er doch hoch, Mann. Oh, Mann. So. Schon besser. Ah, ich versuch mich mal hier an den Gegner vorbeizumogeln. Weh, du Puls, Vettel. Ich hau dich. Du, 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 du. Oh, nee. Muss das sein? Komm schon. Okay, Vettel. Du kennst das Motto. Lauf. Lauf, Forrest Gump. Lauf. Kennst du Forrest Gump? Genau. Mach's genauso wie er auch. Oder du, halt sie auf. Ich mach mal ein bisschen Archäologie. So. Danke. Oh, jawoll. Jetzt ist unsere Stufe bei 100. Ich muss mal kurz bei Vettel gucken. Wir müssen sie irgendwann mal zur Ausbildung schicken. So. 100 von 400. Das geht eigentlich noch. Wo ist das? Abgeben. Hier. So, mein Freund. Reden wir. Also, du bist im Kampf. Vettel stirbt schneller. Ich hab keine Zeit für dich. Genau, oder? So. So. Reden wir mit dir, Captain Ogata. Unsere Bomber zerstampfen diese Kolikoiden-Nester zu toxischem Staub. Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet. Danke für eure Hilfe. Ihr habt euch das wirklich verdient. Wir sind hier weg. Ich muss mal gucken. Die Dinger sehen nicht schlecht aus. Sind die besser als das, was ich hier... Oh, die sind verdammt nochmal besser als das, was ich habe. 14 Ausdruckritte. Oder ich nehme das hier. Ich nehme das hier. So. Und jetzt kann ich mal ein bisschen noch mein Lichtschwert rumfummeln. So, das nehme ich weg. Setze das ein. Und damit ist es schon wieder besser. So, das behalte ich. Man weiß ja nie, wo ist der andere Typie. Wo ist denn der andere Freak? Ah, der andere Freak ist irgendwo da hinten, ne? Tod eine Legende. Alles klar. Schön. Bin ich hier wenigstens fertig. Hauen wir ab. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Puh, das war's. Äh, endlich. Ich glaube, ich... Ich... So, wie es aussieht. Was ist das denn? Kehren zum Käpt'n Neuwart zurück. Müsst'n Käpt'n Neuwart. Ah ja, Tatsache, da ist er. Äh, aber ich muss erst mal woanders hin. Oh, ne, 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 ne. Kann ich nicht abbrechen? Nein, 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 nein. Warte mal, wenn ich mich abmelde... Ja. Es muss sein. Ich bin aus Versehen zu weit geflogen. Ich muss erst mal einen Zwischenstopp einlegen. Ich hoffe, wenn ich mich auslogge und einlogge, dass ich da an der nächstgelegenen Station stehen bleibe. Oh, bitte, ey, ich... Ach, scheiße. Hab vergessen, da war ja noch was. Da war ja noch was. Jetzt komm, jetzt mach hin. Das Laden kann ja wohl doch nicht so lange dauern. Okay, er fliegt schnell. Das heißt, bitte bleib stehen, bitte, bleib stehen, bitte, bleib stehen, kannst du auch hier stehen bleiben? Oh, nein, er fährt direkt weiter. Oh, dein Ernst. Natürlich. Aber meine Schild, ich hab mich aufgefasst. Fuck! Ah, kacke. Jo, fährst du? Ja, toll. Gerade wo man anfängt. Tja, ich hab ja gesagt, real life. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Star Wars The Old Republic. Bis dahin. See ya, Leute. Dann gehen wir eben die Quest ab.